Guck mal. Besser. Besser, ne? Mhm. Aber mich würde sowas nie stören, oder? So ist es aber. Und wenn jetzt das Kreppband weg ist... Das kann ich jetzt weg. Oh, da kommt immer der Hundhobel raus. Dann musst du noch mal sogar gehen, den auch weg. Gerne. So richtig Nägeln die sind. Oh. Das hört sich aber gut an. Klingt gut. Ja, wie die Gitarrenseite, ne? In solchen kleinen Stellen bist du so pingelig, ne? Ja. Und in der Mitte da blütest du wie so ein Wilder. Ja. Und besser. Ja, ja, ich bin dann... Genau. Das ist ja wie eine Haarung. Gerade an so winzig kleinen Sachen. Und da dürdel ich dann. Oh. Weil mich das jetzt stört. Aber so ist es schon... Ist der Lappen noch dreckig? Ja, hier. Versuch mal... Hier. ...den Zappel hier wegzukriegen. Und der ist für mich jetzt wieder rum. Ja, den habe ich vorhin schon versucht. Aber... Der wollte nicht so wie ich. Nein, nein. Jetzt kommt er wieder durch. Jetzt habe ich wieder zu viel gedrückt. Ja, gut. Ja, da ist ein Hauch Schwarz drauf. Ja, so. Hier, gehen wir mal. Kannst ja gleich die Umwand hier. So. So. Okay. So. vậy. So. Sot. So. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020